Wie flusslich ist das denn, eindeutig? Das ist ne tolle Karte. Nein, ich hasse diese Map, ich hasse diese Map! Genau, sie macht hallo. Warum hasst du diese Map? Ich hab sie noch nie geschafft und ich hasse sie so sehr. Ja, es ist kacke, wenn irgendwas schiefläuft, so wie bei mir jetzt. Man nimmt mich da unten so dumm. Ja, ich weiß. Wenn man da unten ist, dann ist das Leben... Echt? Wo? Ich versteh es nicht! Ich bin hier in so ner Zwischenzeile und kann nicht weiter. Also warten wir, bis die Zeit für dich abgelaufen ist? Ja. Ja, bitte, bitte sch... Yes. Ich hab nen Bogey! Oooooi! Lena liegt eigentlich ziemlich gut. Ja, aber wie viel Stoff muss ich geben? Ich bin eben runtergeflogen und zum Glück... Von ganz unten kommst du da, glaub ich, gar nicht hin. Ne, Lena liegt ja nicht ganz unten. Ne, weil die Bombe mich erwischt hat und rausgeschmissen hat aus der... Ma- Nein! Ist das vielleicht zu hoch? Nein. Ich hasse das! Ich will nicht mehr. Kann die Zeit ablaufen jetzt? Es sind noch 30 Sekunden. Oh, das war... Scheiße. Seht ihr einen, vor ich liege? Oh, ich bin wieder hier oben. Ne! Ja, ja, ja! Bin ich oben wieder gestartet! Und wir sehen nicht, wo du liegst, Christoph. Ja, ja! Ja, ja!